Hey, mein Name ist Lukas und ich komme vom YouTube-Kanal The Black Lodge. Mich freut es sehr, dass Braune mich dazu eingeladen hat, hier ein Adventskalender-Türchen zu sein, damit ich heute mit euch über meinen absoluten Lieblingsfilm sprechen kann. Der erste Film, der mich endgültig dazu gebracht hat, mich am menschlichen Leid zu ergötzen, ich bin nämlich riesiger Fan des Horrorgenres, das war Hereditary, mein absoluter Lieblingsfilm und wieso, weshalb, warum, das möchte ich jetzt mit euch in diesem Türchen besprechen. Viel Spaß! In Hereditary folgen wir der Familie Graham, welche aus der Mutter Annie, ihrem Mann Steve und den beiden Kindern Peter und Charlie besteht. Mit dem Tod der Großmutter Ellen werden grausame und abscheuliche Ereignisse in Kraft gesetzt, die das Leben der Familie auf schreckliche Weise beeinflussen werden. Für einen langen Zeitraum ist Hereditary ein Familiendrama, das sich mit dem Tod der Liebsten und dem Verarbeiten von Trauer auseinandersetzt. Wie gehen wir mit dem Tod eines wichtigen Menschen um und inwiefern verändert dieses Ereignis unsere Beziehungen zu anderen Menschen? Mich berührt es unfassbar, wie der Tod eines einzelnen Menschen schließlich eine ganze Familie in den Abgrund reißen wird. Signifikant für diesen Absturz ist die 35. Minute, denn ab hier wird der Film wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Ich liebe diesen herzreißenden Moment, den ich als großer Bruder einfach nochmal intensiver spüre. Dass die Emotionen des Filmes so hervorragend auf mich übertragen werden, ist den Schauspielern zu verdanken. Für mich stechen zwei heraus, Alex Wolff und Toni Colliette. Colliette reißt wirklich diesen gesamten Film an sich mit einer Performance, die im Laufe des Filmes immer wahnsinniger und hysterischer wird. Sie gleitet in die Tiefen der Hölle und schockiert mit rohem, purem Realismus. Auch technisch empfinde ich Hereditary als Meisterwerk. Pavel Pogorzelski zeigt schon mit der ersten Kamerafahrt, wie die Geschichte von Ereignissen bestimmt ist, auf welche die Familienmitglieder selbst keinen Einfluss nehmen können. Eben genau wie in einem Puppenhaus. Dazu kommt die atmosphärische Musik von Colin Stetson, die genauso die Ankunft von Paimon andeutet, da dieser mit Glocken, Becken und Trompeten auf der Erde erscheint. Diese Versessenheit auf kleine Details liebe ich einfach. Doch Hereditary ist nicht nur mein Lieblingsfilm, weil ich finde, dass er auf dem Papier alles richtig macht. Es gibt einfach Filme, die werden besser, je häufiger man sie sieht. Ganz prominente Beispiele dafür sind unter anderem Fight Club, wo David Fincher ganz viele Details eingebaut hat, unter anderem auch im Schnitt oder Rosemary's Baby, der auch extrem mit Foreshadowing arbeitet. Und genau diese versteckten Details, die Ari Aster in Hereditary eingebaut hat, sind mir, als ich den Film mehrmals gesehen habe, erst aufgefallen. Und genau deswegen habe ich so viel Spaß daran, mir immer und immer wieder Hereditary anzugucken, eben weil er so viele versteckte Details bietet, wo ich einfach so ein kleiner Entdecker dann bin und alles herausfinden möchte, was in diesen 120 Minuten jetzt eigentlich noch alles steckt. Ari Aster hat unendlich viel Foreshadowing eingebaut, wodurch man in jeder Sichtung neue Details erkennt. Genau das macht für mich auch den Reiz aus, warum ich mir Hereditary immer und immer wieder ansehe. Ich liebe es einfach, auf jede Sekunde des Filmes zu achten und zu gucken, ob ich etwas Neues entdecke. In gewisser Weise hat Hereditary also in mir das analytische Betrachten, wenn man es jetzt ein bisschen hochgreifen möchte, von Filmen beigebracht, obwohl das schon zuvor leicht durch meinen absoluten Lieblingsregisseur David Lynch passiert ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Und das waren einige Gründe, warum Hereditary mein absoluter Lieblingsfilm ist. Ja, ich bin sehr gespannt darauf, was ihr zu Hereditary zu sagen habt. Ich liebe beispielsweise auch dieses Ende, diese völlige Eskalation, die kommt ja bei manchen Leuten auch nicht so gut an. Ich persönlich liebe das aber einfach. Lasst gerne einfach hier unter dem Video mal so ein bisschen diskutieren. Wie findet ihr Hereditary? Was findet ihr gelungen? Was findet ihr nicht gelungen? Und ja, ich denke mal, ich würde auch mal den einen oder anderen Kommentar dann beantworten, falls was reinkommt. Und wie schon gesagt, mich würde das sehr freuen. Und ich wette bestimmt auch, dass Brownie sich freuen würde, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt natürlich auch gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich denke mal, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Von daher schaut gerne rein. Ich würde mich freuen. Und ansonsten kann ich euch eigentlich nur eine wunderschöne Weihnachtszeit noch wünschen. Habt Zeit mit euren Liebsten. Macht ein bisschen, ja, lasst es euch einfach gut gehen. Esst was Gutes. Und ansonsten bin ich mir sicher, werden wir uns irgendwann mal wiedersehen. Und bis dahin. Tschüss. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.